Ja? Was? Das darf doch nicht wahr sein. Können Sie vielleicht noch ein paar Minuten warten? Ich kann jetzt hier nicht weg. Verstehe. Natürlich. Ich bin in einer halben Stunde da, ja? Bis gleich. Lisa, Mist! Das Interview. Sag mal, Andrea, traust du dir ein Interview zu? Äh, klar. Wann? Jetzt gleich? Ich hab da ein kleines Problem. Das Interview mit Alexander ist in einer Stunde und ich muss vorher noch mal was erledigen. Es dauert auch nicht lange und wahrscheinlich bin ich zurück, bevor es losgeht. Aber sicher ist sicher. Klar. Die Unterlagen findest du auf meinem Schreibtisch. Es reicht auch, wenn du die Zusammenfassung auf der ersten Seite liest, ja? Keine Angst, ich bin zurück, bevor es losgeht, ja? Tschüss dir! Ich gehe davon aus, dass jeder ehrlich antwortet. Okay, es ist schon ganz schön spät, wir gehen lieber nach Hause, okay? Du gehst nirgendwo hin. Ich seh doch, was hier läuft. Steve hat auf vier getippt. Dein Weichei auf null und du auf zwei. Womit du nämlich genau richtig liegst. Was? Weil du von zwei Personen hier im Raum die Antwort gekannt hast. Isabelle, ich hab noch nie was mit deinem Mann gehabt. Ich kotze gleich. Könnt ihr einmal ehrlich sein? Jetzt vielleicht? Isabelle, jetzt reicht's. Ich bin dir noch nie fremd gegangen, das hab ich einmal gemacht in der achten Klasse. Ich liebe dich. Okay. Beweis es. Mir so leid. Aber das ist zu weit. Zu weit? Wie weit würdest du gehen, um die Wahrheit herauszufinden? Es ist ganz einfach. Du kannst den Revolver hier liegen lassen. Dann weiß ich ganz genau, dass ihr zwei was miteinander hattet. Oder du gehst zum ersten Mal in deinem Leben ein Risiko ein, wenn die Worte, die du gerade zu mir gesagt hast, die irgendetwas bedeuten. Ich werde mir meine Frage zwar nicht beantworten, aber ich weiß genau, wie du zu mir stehst. Ja, das ist der einzige Weg, nicht die Wahrheit herauszufinden. Mein Gott, du bist ja doch wirklich krank. Ist ja du das nicht. Ich glaub dir. Was ist denn mit dem da? Ach, das ist unser Herr Borchert. Ist das ein Deutscher? Das ist eine Rheinländer-Sauerländer-Mischung. Könnte aber auch ein Bayern mit drin sein. Aber geimpft ist er, hm? Geimpft und kastriert wird. Ja, sie können ja erstmal mit ihm spazieren gehen, der war heute eh noch nicht draußen. Gell, Borchert? Weißt du eigentlich, was das bedeutet, wenn sie ein Kind bekommt? Dann hat sie überhaupt kein Geld mehr für uns. Dann muss sie das für Windeln und Krippe und Zahnarztbesuche und so'n Scheiß ausgeben. Und wir, wir haben überhaupt keinen Job mehr. Wo soll ich denn dann meine Schuhe herkriegen? Entspann dich doch mal ein bisschen. No, wait a minute. I may work instead, but I'm a trained field agent. Angela was my friend, so don't think you're the only one that has a statement getting these guys. Get in line. Get in line? Get in line? Get in line? Just what I want to hear. Get in line. 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 Untertitelung des ZDF, 2020